da habe ich mir gerade ein brüscher misterius ganz schwierig mal wieder aufladen ob es ja etwas neues gibt im lager das hat der händler hier für uns und irgendwas andrehen lass uns handeln der irgendwas gutes das ich wirklich um irgendwas zu verkaufen oka keule pokal gold wert das ist lächerlich kann ich lieber machen wenn ich irgendwas einkaufen will so wird bräuchte sich verkaufen sein wird kannst du mich im kampf unterrichten na nur armbrust bräune kein fall kannst du mich im kampf unterrichten stärker besser waffen zu benutzen und das ist ich will stärker werden gut so ne habe ich nicht oder da ich will stärker werden gut die werde ich jetzt ich werde viel unterrichte mich im schwertkampf wie du die angriffe deines gegners unterbrechen kannst weißt du ja schon aber ich verrate dir mal einen trick wenn du sehr nah an deinem gegner bist kannst du ihm meistens noch einen mitgeben vor allem lohnt es sich diese schläge in deinen kombinationen einzusetzen hm ich will stärker werden gut so toll so bisschen stärker wieder na wer ist der bessere kämpfer von uns beiden hab nicht so eine große schnauze bin nur ausgerutscht alles klar was willst du von mir hast du nichts zu tun ich dachte vielleicht hast du was neues zu berichten nein ich kann dich immer noch nicht leiden hm schade wem sagst du das fragen habt ihr irgendwas neues ist in den ruinen sterben sie doch wie die fliegen was führt dich zu mir brauchst du heil ich hörte du hast den weg des jägers gewählt nun dann wünsche ich dir alles gute auf den schwierigen wegen die vor dir liegen mein sohn du bist magier und dienst dem don jemand musste sich um die bedürfnisse der leute hier kümmern so habe ich mich freiwillig gemeldet ich sehe meine aufgabe hier als eine herausforderung und große ehre die jungs hier sind äußerst rau und kämpferisch aber wir haben eine abmachung getroffen ich bringe ihnen heilung und sie lassen mich hier in ruhe meine forschung machen forschungen es gibt hier einiges zu entdecken zum beispiel diese magische barriere im unteren gewölbe dieser ruine heilung ich kann dir heiltränke geben die deine schmerzen und wunden lindern werden ich habe ein reichhaltiges wissen über alchemie und stelle die tränke überwiegend selbst her fahrten lösen hollala kann man schon machen nicht zu über ein m was bleibt mit m r m und alle auch die die so teuer kommen wir müssen Von welcher magischen Barriere sprichst du da? Die Erbauer haben ihre Räume nicht nur mit Türen aus Stein und Eisen verschlossen. Sie hatten Mittel und Wege, ihre Geheimnisse auch mit Magie zu schützen. Solltest du einmal tiefer in diesen Tempel vordringen, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Diese Barriere ist sicher nicht die einzige, die auf dieser Insel zu finden ist. Da habe ich am Anfang nicht mal gesehen, den Typen. Allerdings gibt es dort einen Meister, der auch für dich sehr nützliches Wissen bereithält. Tatsächlich? Und wer ist das? Meister Illumar. Er lehrt die Anfertigung von Spruchrollen. Und die Macht der Spruchrollen solltest du nicht unterschätzen. Ich kann ja mal mit ihm sprechen, wenn ich ihn zu Gesicht bekomme. Tu das. Du wirst es nicht bereuen. Meister Illumar, okay. Kannst du mir die Kunst der Alchemie beibringen? Das kommt darauf an, ob du bereit bist zu verstehen und das Wissen anzuwenden. Alchemie ist eine Kunst, die schon nach kurzer Leerzeit zu einem Erfolgserlebnis führt. Jedoch birgt es auch gewisse Gefahren. Ich werde dich gerne lehren. Jedoch nur bis zu dem Punkt, den ich für ungefährlich für dich erachte. Okay. Was kann beim Zusammenmischen von Tränken schon Schlimmes passieren? Hm. Nun, die Gefahren liegen im Studium mit fremden Ingredienzien. Selbst ich habe großen Respekt vor den unbekannten Stoffen, die uns die Erbauer dieses Tempels hinterlassen haben. Mein letztes Experiment hat mich fast das Leben gekostet. Sei also gewarnt. Erzähl mir mehr über deine Studien. Die Erbauer haben viele gefährliche Geheimnisse. Sie waren ein sehr hochentwickeltes Volk. Nehmen wir mal dieses Gestern hier. Die Erbauer nannten es Obsidian. Es ist außerordentlich widerstandsfähig. Offensichtlich hat es ihnen als Rohstoff für ihre Waffen und Rüstungen gedient. Eine Waffe aus diesem Material. Fügt einem Gegner im Kampf immens hohen Schaden zu. Interessant. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Hm. Achso. Hm. Ich mag den Typ irgendwie. Karakos bewacht Goldhaufen. Und der Don vertraut dir sein Gold an. Don Esteban sagt, da ist keiner besser als Karakos. Karakos will glänzendes Gold nicht. Nur gierige Menschen. Aufgabe ist wichtig. Ehre ist wichtig. Nicht Gold. Don Esteban hätte wohl keine bessere Waffe finden können. Karakos stärker als Menschen. Karakos kämpft gut. Ganz bestimmt. Karakos zeigt Menschenstärke und Kampf. Heißt das, du trainierst die Banditen? Karakos macht dich stark. Karakos kennt Axtkampf. Wie kommt ein Oger zu den Banditen? Hat der Don Esteban angeworben? Don Esteban starker Kämpfer. Rettet Karakos. Karakos schuldet Leben. Jetzt dien Karakos Don Esteban. Für Ehren von Karakos. Hm. Oder Typ. Gold und Wasser. Die geheimen Schätze der Wüste. Na, so was. Na, Freitag sind wir noch hier. Da hast du ja nochmal Glück gehabt, was? Warum? Na, du lebst noch. Für einen Moment dachte ich, Esteban reißt dir den Kopf ab. Macht er das mit allen Neulingen? Nein, aber gewöhnlich wagt es niemand, ihn derart herauszufordern, wie du es getan hast. Ich gebe dir einen guten Rat, Kleiner. Unterschätze ihn nicht. Er durchschaut es schnell, wenn jemand versucht, ihn auf den Arm zu nehmen. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Wir fanden den Stein hier in diesem Tempel. Angeblich soll er seinen Benutzer teleportieren können. Hier hast du ihn. So hat er keine Verwendung dafür. Ey, das ist aber geil. Womit dienst du dem Don? Ich bin seine rechte Hand und Leibwächter. Ich kümmere mich um die Erschließung neuer Ausgrabungsstätten und halte ein Auge auf die Weißen in der Umgebung. In letzter Zeit sind sie uns schon einige Male gefährlich nahe gekommen. Deswegen trainiere ich die Jungs. Also, wenn du einen guten Leber brauchst. Wir sprechen uns nur. Wir sind einfach aus dem Boden gekommen. In den Ruinen. Oh, das heißt, wir werden mal, ich glaube... Hmm. Iluma. Werden wir mal machen. Kiloportstein. Hä? Da ist das, dass Magie war. Hmm, hmm, hmm. Vulkanfestung. Aber ob mein Typ da mitkommt, ich weiß ja nicht. Hmm. Jetzt nicht. Schade. Dann kommt Fred halt nicht mit. Wo auch immer Fred ist. Er bleibt in unserem Herzen. So, wo ist in dieser Meister hier der Schriftrollen? Äh... Gibt's was Wichtiges? Ach, nö, eigentlich nicht. Aber das nicht da oben irgendwo? Wann das ist das Schriftrollen Ding oder nicht? Was willst du hier? Ich seh mich mal um. Dann tu das. Ich werde dir den Zugang zum Wissen nicht verwehren. Wenn du lernen willst, steht es dir frei zu lernen. Solange du nicht den Frieden der Festung störst. Das klingt doch ganz gut. Ich hab die Bücher über Spruchrollen gelesen. Gut, dann weißt du jetzt, worum es hier geht. Wir schreiben Spruchrollen, mit denen jeder, sogar du, Zauber wirken kann. Kann ich die Spruchrollenschreiberei lernen? Natürlich. Was muss ich dafür tun? Besorge dir Schreibzeug. Eine Schreibfeder und ein leeres Pergament. Ich bin sicher, die anderen Schüler werden dir weiterhelfen. Wenn du das Schreibzeug hast, werde ich dich das Talent lehren. Hm. Dann wäre es nur Kaspar wieder. Hi, ich bin Jervis, Rekrut der Inquisition. Ich schätze, du bist nicht freiwillig hier. Da hast du wohl recht. Zwangsrekrutiert. Auf Anordnung des Inquisitors. Wieso bist du rekrutiert worden? Ich habe zusammen mit Cole Wölfe gejagt, als eine Patrouille der Weißen vorbeikam. Er konnte noch abhauen, aber mich haben sie gekriegt. Du bist Jäger? Ja, aber ob ich mit dem Bogen umgehen kann oder nicht, das interessiert hier keinen. Stabkampf soll ich lernen. Und Magie. Gut, dann versuche ich das halt. Kannst du mir was beibringen? Ich weiß nicht, ob den Meistern das gefallen wird. Ach Quatsch, das interessiert niemanden. Aber ich muss diese Spruchrollen verstehen. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Das wäre gut. Weißt du, es würde mir schon reichen, wenn du mir ein paar Sachen besorgst, damit ich hier weiterkomme. Was brauchst du? Nicht viel. Eine Spruchrolle der Illusion und zwei leere Pergamentrollen. Und dafür bringst du mir bei, was du weißt. Ja, alles, was ich übers Bogen schießen, schleichen und die Art weiß. Und wo kriege ich denn leere Spruch? Ah, hier haben wir da was. Hm. Meiner sagt, wo ich leere Spruch reinherkriege. Nicht alles lässt sich durch Worte klären. Was denn? Hm. Ist hier draußen eigentlich irgendwas? Hm. Ach ja, dann würden wir mal auf die Suche gehen. Hm. Toll. Das bringt's. Jetzt nicht. Hm. Ja. Die Frage, wo wir hingehen. Wenn wir hier bisschen rumgucken. Mehr waren das? Nur Nordenskrieger. Hi. Ja? Hm. Toll. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Hier. Ach. Über Spruchrollen und Zutaten. Ach. Um Telekinese auf eine Spruchrolle zu schreiben, braucht man etwas Flügelstaub. Okay. Na dann. Weiß ich Bescheid. Soll ich auch irgendwo noch einer sein oder nicht? Mann, Mann, Mann. Muss man halt doch mal runtergehen. Nur Rekruten hier. Oh. 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 Danke für den Apfel. Danke für den Apfel. Ich fang keinen Streit an. Na dann. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Jetzt nicht. Hm. Hm. Hey, du bist neu hier, was? Ich bin Taka, Rekrut der Inquisition. Haha, was für ein Hohn. die selben Leute, die mich in Ketten gelegt haben, wollen jetzt, dass ich für sie kämpfe. Das scheint dir nicht zu gefallen. Denk doch mal nach. Wenn sie uns schon zum Dienst dran ziehen, dann ist die Kacke am Dampfen. Was glaubst du wird passieren? Das weiß nicht mal der Inquisitor. Aber eins ist klar. Wir Rekruten sind die ersten, die dran glauben müssen. Na dann. Bist du hier unten? Sieht aus wie in der Arena. Sieht aus wie in der Arena. Ich muss nachdenken. Denk doch nach. Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Könne ich schon. Könne ich schon. Hm. Na gut, wir werden Kasper in der nächsten Folge suchen. Bis dahin. Tschau. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.